Wow! Oh! Hallo! Bist du ein echtes Red Hat? Tatsächlich, ja! Ich auch! Wirklich! Ja, also meine Arschhade sind rot! Voll coole Brille! Voll die coole Heizung habt ihr! Geh, find ich auch! Darf ich da meinen Penis zwischenstecken und erwärmen? Ey, das war mal so eklig, Digga! Warum schminkst du dich? Das fragt mich jeder, weil ich langweiler hab! Ist das Kamm? Hä? Hä? Was ist das Weiße? Das ist Puder! Meine ich ja! Mach ich auch immer! Echt? Interessant, wie hieß Puder benutzt du so? Babypuder! Das ist echt tatsächlich gut, ne? Ich weiß! Ein Kumpel und ich ziehen das auch manchmal durch die Nase! Echt, ihr auch? Ja, auch süß! Do you have a... Are you... Do you have a... Cycle? Ja, Bike Cycle? Cycle, you know? A bike? Ein Fahrrad? Ja, genau! Ja, hab ich! Ich hab nen Ständer! Alter, bist du ein Igel? Yes, Daddy! Geil! Sag Mami! Mami? Oh geil, Bruder! Oh! Macht mich an! Oh! Komm vorbei! Okay! Ich versorg's für's euch dich! So schau ich immer, wenn ich komm! Reflex, bitte! Reflex! Ich hab ein reflex! Hm! Ich hab ein Pies gezeigt! Hi! Hallo! Hallo! Woa, hä? Hey, du willst live zuschauen, wie ich auf Ommel bin oder andere Games socke, wie z.B. Minecraft? Dann klicke auf den Link in der Beschreibung und falls es dir gefällt, kannst du mich gerne mit einem Follower unterstützen. Hast du aufgespritzte Lippen? Nein. Hä? Soll ich sie dir voll spritzen? Bye. Ist das ein Käfig hinter dir? Oder ist das ein Ständer hier? Wer ist das? Wäsche? Ich bin halt eine Hausfrau, ne? Ja, ich auch. Ja. Sieht man ja an. Sagst du, ich bin eine Frau oder wie? Ne. Das ist frech, weil ich bin einer. Oh. Okay, okay, okay. Wer als erstes schafft, die man Füße zeugt. Okay. Aber was zählt? Mit Socken oder ohne? Mit Socken. Ohne wird schwierig. Okay. Okay. Ich hab ne Wette am Laufen mit einem Kumpel. Wer als erstes von ein Girl die Füße sieht mit Socken. Könnt ihr mich gewinnen lassen, bitte? Ich zeige es dir. Aber es sind keine Socken. Nein. Oh mein Gott. Wir haben's. Bist du drogenabhängig? Nein. Warum? Ich stehe auf Frauen, die drogenabhängig sind. Die kann ich mit meiner Naht überm Becken. Oh. Oh. Füße mit Socken sehe. Ich brauche Füße. Nackte. Dreckige. Frische. Frauenfüße. In meinen Mund. Ich glaub der hat ne Macke. Geil. Oh. Oh. Reflex. Ich kenn dafür nichts. Das passiert einfach. Aha. Das ist Krankheit. Ich hab die Krankheit Schwänze zu lutschen und unrasierte Arschlöcher zu lecken. Oh. Oh. Die ist so schnelle Brüder. Alter diese Brüste. So groß und elegant. Hahaha. Ey. Soll ich dir mal was sagen? Soll ich sagen, Alter? Ihre Eltern sind kusil. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Ja. Also ist sie ein Incest-Kind. Sagst du mir deine Brüste? Ah. Hast du auch nicht. Hab ich auch nicht. Ach. Ach.